Mit der Polaris Sportsman 6x6 Big Boss 570 EPS präsentiert der große amerikanische ATV und Side-by-Side-Hersteller das erste Modell seines Line-Ups 2017. Wie bereits die Vorgängerin, die 6x6 Big Boss 800 mit Zweizylindermotor, ist auch das neue Modell mit 570 Kubik Einzylindertriebwerk entwickelt worden, um entlegenstes Gelände zu erreichen und das mit einem Höchstmaß an Traktion, Nutzlast und Vielseitigkeit. Besonderes Augenmerk wurde dabei auf praktische Details zur Beförderung von Nutzlast und einer Beifahrerin gelegt. Ab Juli 2016 wird die Polaris Sportsman 6x6 Big Boss 570 EPS bei den Polaris-Vertragshändlern in Deutschland und Österreich verfügbar sein. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Bis zum nächsten Mal.